Hallo und willkommen zu diesem Trailer der Back to School Reihe. Und zwar hatte ich euch vor kurz zu erzählen, wie das so alles aussieht. Ich habe euch ja in den letzten Monaten viel mitgenommen durch meine Schulzeit und es ging relativ schnell irgendwie alles zu Ende mit der Oberstufenzeit. Also ich glaube, ich habe ja so 2020 mit Corona extrem viele Schulvideos gemacht, euch bei allen Hüllen mitgenommen und die ganzen Tiefen, die ich dann eben auch hatte. Und dann schließe ich auch bei meiner Abi-Vorbereitung. Und ja, ich würde jetzt eigentlich gerne so alle Tipps und Erfahrungen und viele damit euch gerne teilen in dieser Back to School Reihe. Und dabei soll es jetzt nicht darum gehen, superproduktiv zu sein, super viel zu lernen, sondern einfach eine angenehme Schulzeit zu haben und sehr effektiv zu sein und dadurch halt mit weniger Arbeit bessere Noten zu erreichen. Und deswegen werden Videos zur Organisation, Vorbereitung und Lernstrategien und Lerntipps und so weiter kommen. Ansonsten möchte ich auch gerne so ein bisschen was zum Thema Routinen machen, weil ich finde, es hilft einem auch immer wahnsinnig, sich so zu organisieren bzw. gut den Tag zu starten. Und auch da geht es nicht darum, superproduktiv zu sein, sondern sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen und die Dinge zu erledigen, die man sonst vielleicht so ein bisschen aufschieben würde und einfach so ein bisschen stressfreier in den Alltag zu starten. Und deswegen wird es auch viel ein bisschen Momente have gehen, weil die, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, dass es bei mir nicht immer so gut funktioniert hat in der Oberstufenzeit. Aber ich habe mittlerweile wahnsinnig viel dazu gelernt und ich würde das Ganze gerne mit euch teilen, was mir jetzt mittlerweile so hilft. Und mir ist es eben auch wichtig, dass man darauf achtet, einen Ausgleich zu haben und Zeit mit Freunden zu verbringen und auch die Hobbys zu folgen, die man so hat. Falls ihr nichts verpassen wollt, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und bei den ganzen Back to School Videos vorbeischauen wollt. Neue Videos werden jeden Mittwoch und jeden Sonntag um 20 Uhr online gehen. Bis zum nächsten Mal.